Hi und Willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Wir sind hier auf dieser hässlichen kleinen dunklen Insel. Gleichfalls auf das Ziel finden. Alles klar, das kriegen wir hin. Ich habe gerade hier oben noch mit unserem letzten Geld... Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Ja, ja, alles klar. Ich habe hier mit unserem letzten Geld... Ich muss mal kurz gucken. Okay, unserem letzten Geld hier noch Upgrades eingebaut. Damit wir ein bisschen mehr Strom haben. Ein genutzter Strom 33. Und wir können jetzt hier die beiden Teile wieder aktivieren. Eins. Und zwei. Wir sollen ein... Finden Sie eine Expedition... Ein Fleischfresserfossil. Irgendein Fleischfresserfossil. Dann ziehen wir doch mal los. Und gucken mal irgendwo hin, wo wir ihn vielleicht nur Fleischfresserfossil finden können. Ah, hier sind wieder neue drin. Gar nicht so einfach. Hier. Bei dem. Ich hoffe, den haben wir noch nicht voll. Ansonsten sollte die aber auch erschöpft sein, ne? Quelle. Gut. Der ist unterwegs. Dann kriegen wir hier hoffentlich... ...entsprechendes. Gucken mal. Gewinn ist immer noch da. Das ist gut. Wir haben hier... ...diese beiden Gehege. Wir werden gucken, dass wir da noch... ...zusätzlich was reinnehmen. Hier wäre noch ein bisschen Platz sogar für ein Gehege. Wenn man da außen so lang geht, könnte man hier noch eins schaffen. Ich probiere mal kurz hier einen Weg zu bauen. Baut. So, hier geht der rauf. Für die andere Seite... ...bauen wir schon mal hier den Weg lang. So. Genau. Das ist schon mal für nachher. Damit wir hier noch ein Gehege reinsetzen können. Funktioniert hoffentlich. Sollte. Dann haben wir drei Gehege. Das könnte auch ein Fleischfressergehege werden, würde ich sagen. Mal gucken. In das Gehege kommt man derzeit nur über das rein. Wenn ich das richtig... ...natürlich ungünstig. Oder ist hier ein Tor? Ne. Okay, das heißt, wir sollten hier noch ein Tor einbauen. Super. Passt nicht. Passt kein 10, oder was? Weil das hier so verschoben ist. Ich reiße es hier kurz ab. So verschoben. Verdammt. Passt nicht. Gut, hier hinten können wir bei eins setzen, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Genau. Hier dran komme ich nicht wirklich vorbei. Sinn. Noch nicht. Wir lassen es erstmal so. Ich ziehe hier... Ne, ich ziehe da nicht mal ein. Okay. Was zu fressen haben beide. Ranger, wir sollen ein Foto schießen. Über 10.000. Boah, ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Wir können uns mal ein Ranger-Team schnappen. Mal gucken, in welche Richtung wir überhaupt fahren. Hä? Wend mal, wo ist denn unsere Ranger-Anlage? Nicht richtig. Oh Gott. Bei diesen neuen Parks muss man sich immer glatt umgewöhnen. Ja. Alles Gute. Hier ist der Eingang. Die Mission haben wir abgeschlossen. Ein bisschen mal rein. Oh, es ist echt eklig hier so ein dunkles Teil zu haben. Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Oh, hier sind die beiden. Wird nicht reichen. Es sind nur zwei, oder? Oh, ganz knapp. Und Positionsbonus. Das ist nicht gut genug. Ist nicht mehr geworden, ne? Gehen Sie so? Ja. Keine große Kunst, aber mir gefällt's. Übernehme Steuerung. Perfekt. Dann haben wir hier die beiden Aufträge erfüllt, haben dafür auch Geld bekommen. Sieht aus, als hätte sich dieser Auftrag gut entwickelt. Ja, ich weiß. Kleines Wortspiel. Sehr witzig. Oh, und gute Bilder. Okay, wir haben jetzt 85.000. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Dinos. Was haben wir hier noch zum Ausbrüten? Hier schon haben wir drinnen, okay. Zum Ausbrüten. Hier haben wir. Die bringen 40. Die sind aber in Vierergruppen unterwegs, ne? Den haben wir reingesetzt. Die waren so ein bisschen mürrisch, ne? Die bringen 49. Dann hol ich uns davon mal zwei. Und die sollen dann hier nach hinten. Machen wir hier schon mal das Tor auf. Super. Dann haben wir noch ein paar mehr Dinos im Park und sollten hoffentlich ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Mal hier unten. Boah. Total zugebaut hier bei uns. Das sieht mir alles nicht. Umspannwerk. Hinten haben wir ein großes Umspannwerk. Umverbrauch 1. Braucht genauso viel Strom. Okay, dann lassen wir das da mal. Fossilienzentrum. Schauen wir uns die Fossilen mal an. Für den ist das, ja. Gut. Kosten uns nicht so viel. Wir werden die auch hier mal erforschen. Ich will jetzt aber eigentlich noch gar keins von denen losschicken. Das heißt, ich deaktiviere das Ganze mal wieder. Können wir das hier während des Teils noch deaktivieren? Bestimmt. So. Okay. Gut. Wir brauchen am Ende mehr Strom. Das kostet 750.000. Okay. Also hier muss... ein besseres Gehege hin. Ich schau mal kurz. Zäune. Das sind die... Das hier so bauen. Bitte. Ja. Perfekt. Da passt noch ein Tor rein. Genau da. Okay. Nehmen hier mal den Wald weg. Hier hätten wir dann schon diesen Stromzaun. So. Und jetzt lassen wir die beiden Minus frei. Kennen wir ja schon. Müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Die sollen dann... da rüber laufen. Dass man sich die da ordentlich angucken kann. Passt, oder? Ja. Das noch so ein bisschen da rüber. Können das hier ein bisschen noch vergrößern, dieses Gehege. Hier sehe ich nicht, wo es rangeht. So. Okay. Machen wir hier das größere Gehege hin. Vielleicht eh nicht so weit. Genau. Perfekt. Schauen wir uns aber mal das Wohlbefinden von denen an. Boah. Alles gut. Die mögen aber nicht so viel Bestand haben. Und das heißt... Ich mache hier das... Entschuldigung. Ne, ne. Du kannst doch ruhig durch. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht aufhalten. Deiner... Huayangosaurus. Geh ruhig durch. So, wir brauchen dann... Ende des Tages hier am besten noch so eine Übersichtsplattform. Oder da hinten. Da hinten würde auch noch passen. Da passt hier sogar noch hin. Hm? Drüben. Da kriege ich die ja nie rum. Wie weit reicht das? Bis da. Bäh. Das ist sehr eklig. Das passt nicht daran. Wenn wir hier hinten... Ähm... Wartet mal. Gehege. So einen Aussichtsturm setzen. So. Der reicht ja hier auch über vieles rüber. Schauen wir mal. Würde eigentlich auch gehen, oder? Was der... Was der kostet. Drei... Hey, 150. Ich setze den mal hier hinten. Stromtechnisch... Reicht das leider nicht aus hier. Hier wird es ausreichen, ja? Mal kurz. Da könnte es reichen. Ich nehme das mal hier weg. Guck mal. Ob das dann zu beiden reicht. Müssen hier auf jeden Fall... Stromtechnisch ein bisschen besser werden. Reiß die mal ab hier. Weil da müssen... Da muss am Ende der Weg lang. Okay. Wir machen mal... Erstmal so. Zack. Gucken jetzt, ob wir hier mit dem Weg noch lang kommen. Boah. Das ist aber auch knapp. Aber es passt. Er führt dann hier rum. an dem Gebäude vorbei. Bis hier hinter. Dann ist das auch angeschlossen. Und jetzt müssten wir mal kurz gucken... Wie wir hier... Vielleicht... Ah, bitte, bitte. Verbaut, verbaut, verbaut. Keine Chance. Passt nicht. Es ist schlimm, wenn wir das ins Dinosauriergehege setzen. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach. Aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Okay, das behalten wir erst mal. Oh, da passt es hin. Überwachen Sie alle Transaktionen so genau wie die Dinosaurier. Dann wird es keine Probleme geben. Sollten Sie den Deal vermasseln, werden Sie es mit einem echten Alphatier zu tun bekommen. Mit ihm oder was? Man weiß es nicht genau. So, geldmäßig 100.000. Super. Stromtechnisch sind wir bei 25. Das heißt, wir müssten jetzt dann so ein anderes Stromkraftwerk als das bauen. Hier passt so ein Fleischfresser hin. Mal schauen. Guckt mal, ob die sich hier wohlfühlen. Könnten ein bisschen mehr Wald gebrauchen, die beiden. Bestand ist okay. Wie sieht es bei den anderen aus? Die brauchen eigentlich gar nichts. Okay. Die sind mit allem zufrieden. Trotzdem hier mal ein bisschen Wald hin. Dann sind die hier hoffentlich ein bisschen glücklicher. Ja, viel besser. Perfekt. Haben wir auch. Wir ziehen hier schon mal die Stromleitung neu. Ja. Super. Hat gar nicht geklappt. Dahin. Aber kommt schon, lasst uns die doch hier bitte an der Seite langführen. Außerhalb des bebaubaren Bereichs. Passt da nicht hin. Nein. Okay. Wir können sie aber auf jeden Fall da rüber packen. Das ist gut. Passt. Dann geht es darum. Hier der Weg lang. Da der andere Weg lang. Passt. Okay. Irgendwo müssten wir ja noch sowas wie Restaurants bauen. Guckt mal, ob wir irgendwo... Passt hier ja auch überhaupt nicht rein. Das Teil haben wir ja schon mit Mühe und Not da reingebaut. Hier noch eine Einfahrt zu dem. Das ist... Okay. Hier haben wir irgendwo noch ein Tor. Da hinten ist ein Tor. Okay. Da ist ein Tor. Gut. Wir müssten jetzt gucken. Wie könnten wir das hinkriegen? Gehen wir den Weg hier ein bisschen verändern vielleicht? Nur so ein ganz kleines Mühe. So machen. Noch nicht außerhalb des bebaubaren Bereichs sein. Ah ja. Okay. Gut. Okay. So. Das ist ein bisschen kompliziert geworden hier. Das war auch nicht so clever. Haben wir den da hinten den Strom abgedreht. Hier müssen wir nochmal gucken. Für da hin, für da hin, für da hin, geht da hoch. Perfekt. Den reiße ich ab, denn der sollte jetzt hier auch zwischenpassen. Richtig. Jetzt müssen wir hier beim Weg ein bisschen schauen, dass der da so dran vorbeiführt. Okay. Passt. Ganz schön großes Gehege, oder? Können wir doch eigentlich zwei sogar reinsetzen. Oh Gott, jetzt kommt irgendein Sturm. Bill. Betriebsgebäude. Wir gucken mal. Sturmabwehrstation. Die passt hier auf jeden Fall noch daneben, um die Kraftwerke am Ende zu schützen. Mal, ob wir hier irgendwo ein mittleres Kraftwerk reinkriegen. Auf jeden Fall nichts mehr rein. Aber hier passt noch ein Kraftwerk hin. Das ist vielleicht auch gar keine blöde Idee jetzt gerade. Weil, wenn das eine Kraftwerk ausfällt, sollte das andere noch funktionieren. Wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Wie sieht es hier in der Bewertung aus? Geringe Vielfalt. Okay. Na gut, das war noch zu erwarten. Wir haben 300.000. Kriegen wir dafür irgendwas? D&D zum Beispiel. Kosten ist einer 300.000. Könnten wir mal überlegen. Hier irgendwie Beigehege draus zu machen. Sinn. Könnte funktionieren, oder? Idee. Machen wir mal hier so. So. Könnten wir hier noch ein Tor einbauen. Richtig. Dafür reißen wir den Kram hier ab. Nehmen wir hier auf jeden Fall den Wald weg. Für eine bessere Übersicht haben. Bauen wir hier noch ein Tor ein. Darauf können wir auch woanders hinbauen, ne? Ich aber eigentlich nicht. Ich will es schon da haben. Perfekt. So. Dann geht hier entsprechend das Gehege lang. Einmal das. Und einmal das andere. Mal gucken, ob das dann am Ende reicht. Wie sieht das hier jetzt aus? Strom 94. 90. Ich reiß jetzt mal hier die Wege ab. Und baue mal als erstes. Die müssen das ja auch irgendwie sehen können. Ich muss ja hier so ein Teil ransetzen. Für das Gehege. Ist das was ich meine? Hier sowas. Sonst bringt das ja nichts. Gar keinen Sinn. Ich könnte das maximal hier reinsetzen. Ich könnte es auch da hinsetzen. Aber dann sehen die auch fast gar nichts. Hier schon am meisten. Mal das was so weit wie möglich hier hinten rein kriegen. Perfekt. Dann geht hier der Weg ran. Dann war das hier vorne wirklich Quatsch. Ich reiß das nochmal ab. Das auch. Oh, irgendwo. Oh, oh. Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwo ist eine Infektion. Da. Mit irgendwas, was wir noch nicht haben? Oder was? Das Ranger-Team kann nicht helfen. Stammt. Wir brauchen eine Forschungsstation. Ähm, Betriebsgebäude. Wissenschaft. Forschungszentrum. Kostet 400.000. Wie schnell kriegen wir Geld? Kein Strom. Kein Strom ist hier. Gut. Können wir das deaktivieren? Können wir. Dann sollte erstmal nichts passieren. Ähm. Können wir irgendwo noch in dieses Fossilienzentrum theoretisch verkaufen. Machen wir. So. Ich muss das ja eh umordnen hier. Forschungszentrum. Genau. Das kommt hier hinten ran. Mit einem Weg. Hier runter. rum sollte es haben. Und dann müssen wir mal gucken, was das genau hier ist. Was der hat. Ich glaube hinzufügen, Avipox-Virus. Avipox-Virus? Okay, vielleicht kriegen wir das noch hin. Gut. Hier nehmen wir das, äh, eine Tor raus. Na? Genau. Dafür setzen wir hier jetzt. Was war denn das? So geht denn da eigentlich kein Tor rein. Ich weiß es nicht. Genau. Wir bauen hier nochmal um. Genau. Das reicht dem Zaun hier. Oh, hier muss eine Tür rein. Okay, so. So, neue Forschung verfügbar. Jetzt gehen wir schnell dahin. Gucken mal. Irgendwas ist anscheinend auch noch kaputt. Medizinische Behandlung. Ammon. Avipox-Virus. Kosten 400.000. Meine Güte. Könnten wir aber gleich hinkriegen. Irgendwas ist mit Strom. Genau. Das scheint nur der Zaun da zu sein. Oh, ganz knapp daneben. 399.000. Mit dem nächsten Klick kriegen wir es. Höflich jedenfalls. Sollte passen. Hier vorne Kraftwerke. Wie gesagt, erzeugen Strom. 94 zweimal. Passt. Oh Gott, das wird echt... echt blöd hier. So, und hier hinten... Eigentlich könnte ich die beiden ver... Egal. Keine Zeit dafür. Wir haben da ein neues Angebot. Ja, okay. Machen wir später auch nochmal. So, Forschungszentrum. Jetzt aber los hier. Avipox. Ja. Zwei Minuten verbleibend. Okay. Super. Wir hätten auch zu einer anderen Insel zurück wechseln können. Aber darauf hatte ich jetzt nicht so richtig Lust. So, wartet mal. Ich will mal gucken, was kostet das hier. Ist doch da, was es kostet, oder? Keine Ahnung. Ich will die beiden Tiere hier schon mal umziehen. Aufgabe erhalten. Ja. Er fliegt da rüber, kümmert sich um die. Die kommen denn hier vorne, nämlich in das Gehege hier mit rein. Das. Ich weiß es nicht. In eins von den beiden Gehegen kommen die mit rein. Entscheiden wir gleich. Sobald die Forschung hier durch ist. Wie lange braucht die noch? Zwei Minuten. Boah, hoffentlich ist die schneller, als dass sich da noch ein Dino ansteckt. Genau. Ich finde, wir haben es hier relativ gut ausgenutzt, den Platz. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Aber auch genügend, um hier irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Hier vorne wäre höchstens die Überlegung. Neu. Was ist das hier? Betonmauer. Ja, Betonmauer klingt toll. Ist eine Betonmauer denn jetzt gut oder schlecht? Sehe ich das hier vielleicht in den Gehegen? Beton elektrisch. Beton. Dieser Zaun wurde verstärkt, um mehr Stößenstand zu halten als schwere Stahlzaun. Er sollte bei Gehegen von stärksten und größten Dinosauriern zum Einsatz kommen und regelmäßig gewartet werden. Okay. So, jetzt ist ein Dino gerade am Sterben. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Weniger als eine Minute. Bitte beeilt euch. Schickt das Ranger-Team schon mal... Kann ich das nicht irgendwo schon mal da hinschicken? Ne. Okay, Forschung abgeschlossen. Ranger-Team, los geht's. Verstanden. Kommt auf die Liste. So, bevor der... Wir werden erstmal den einen, dann den anderen uns schnappen. Dann müssen wir das Transport-Team bewegen. So, einmal den. Und der soll... Wo machen wir das jetzt rein? Hier rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und den zweiten... Von da... Auch hier rüber. Zum Einsammeln des Produkts unter Bild. Okay. Passt. Wir könnten das theoretisch auch ein bisschen noch anders umbauen, indem wir hier... Indem wir die... Die anderen hier nach hinten versetzen. Die Fleischfresser. Macht das Sinn? Weiß es nicht. Gut. Egal. Kümmern wir uns später drum. So, Ranger-Team. Behandelt. Schauen wir gleich noch eine Aufgabe hinzu. Danach den behandeln. Gucken wir mal, ob wir die jetzt hier gerettet kriegen. Können wir hier ein großes Gehege machen? Keine Ahnung. So. Schauen noch mal rein. Heilt. Heilt. Okay. Okay. Sieht so aus, als wenn es funktioniert. Sehr schön. Super. Hat funktioniert. Wir haben es gerade noch so hingekriegt. Toll. Dann werde ich mir jetzt hier die Gehege schnappen. Zäune. Setzen. Voila. Wir müssen da mehr bei den Zufriedenheitssachen noch machen. Aber da kümmern wir uns auch noch drum. Erstmal ersetzen wir hier nochmal durch diese Zäune. Sparen wir hier auch Strom. Und ziehen jetzt hier neu. Okay. Zack. Einmal da angeschlossen. Dann geht es hier lang. Und da ran. So. Haben wir hier auch noch einen. Sehr gut. Hier gibt es kein Umspannwerk, sagt er. Gucken wir jetzt mal wegen den Umspannwerken. Da ist eins. Können wir das noch weiter hier lang versetzen. Und hier. Produkt wurde transportiert. So. Schauen wir mal, ob das vielleicht von hier reicht. Können wir das dann abschalten. Oh. Da hinten hat es jetzt keinen Strom. Könnte reichen, ne? Sieht gut aus. So. Das ist deaktiviert. Aktivieren wir mal. Setzen hier jetzt. Hier ein bisschen Wasser hin. Ja. Da muss irgendwas. Irgendwas kleines rein. Schauen wir mal. So. 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 Noch nicht genug. Vielleicht können wir die dann darüber setzen. Die sind ja immer so mürrisch, oder? Wir setzen von denen welche da rein. Gucken wir mal. So. Wir lassen hier vorne mal die Pflanzenfresser. Ich schnappe mir jetzt hier hinten... ...einmal diesen Bereich und reiße hier jetzt alles weg. Dafür sollten wir ja relativ viel Geld bekommen. Da. Okay. Okay. Kein Strom. Okay. Und zwar. Neuplan. Irgendwo muss aber mal was zu essen hin hier. Das geht ja so nicht. Ah, hier zwischen passt was, ja. Interessant. Hier nirgendwo. Weil doch hier könnte was hinpassen, wenn wir das ein Stück umbauen. Das wird alles so eine Fusselarbeit auf dieser Insel. So. Sehr angeschlossen. Gäste. Fastfood. Beschränkungen. Was sind hier für Beschränkungen? Warum gibt es hier denn so ein Problem? Hä? Doch da reinpassen. Ah, hier passt das hin, ja. Okay, können wir das vielleicht hier ein bisschen glätten oder so? Größer. Hier hat nur semi-gut. Also nochmal Fastfood. Erst da hinten ran. Eigentlich bräuchten die ja hier irgendwie was, wo die Besucherteile in der Nähe sind. Vorne ist natürlich auch noch Platz. Wo wir das hier ein bisschen erhöhen vielleicht, dass es reinpasst. Probier das nochmal aus. So. Retten das hier aber jetzt wieder ein bisschen. So. Neuer Versuch. Warum? Warum sackt der denn hier so ab? Weil der Weg da noch nicht erhöht ist. Okay, nochmal. Nochmal. Setten. Nochmal Fastfood. Aber gerade... Irgendwo hat es geblinkt. Hier. Na. Auch noch nicht so ganz. Bisschen besser ist es schon. Wo war es? Wo war es? Hier. Ich brauche es jetzt einfach. Ist mir egal. So. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Passt ja hier noch irgendwo dazwischen. Überbaut. Okay. Hier passt er hin, ja. Gut. Ist okay. Kriegen wir so hin. Ich baue hier den mal weg. Da. Siehst du es noch schnell hier an? Checkt. So. Dann haben wir auch immerhin erstmal ein Fastfood-Restaurant. Auch wenn das hier jetzt suboptimal hinpasst. Wir könnten später das hier nochmal tauschen oder so. Aber erstmal müssen wir da drüben ausbauen, damit wir unseren Park vorankriegen. Vielleicht auch erst ein paar Dinos hier rein. Ich weiß es noch nicht genau. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Sind hier auf jeden Fall auch gut im Plus. Und müssen dann schauen, dass wir den Rest noch hinkriegen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Jurassic World Evolution. Bis dann. Mein Rat. Nehmen Sie den Auftrag an. 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 Nehmen Sie den Auftrag an.